Drei, zwei, eins. Willkommen. Cringe. Jo, Leute, was geht? Willkommen bei Brody. Ey, Jungs, Funk will, dass wir irgendwas für den Kanal-Trailer aufnehmen, was Brody ist und so. Ey, lasst einfach bitte irgendwas labern, irgendwas zusammenschneiden. Ist eh nur ein Trailer, Hauptsache, es wird nicht cringe. Wir schaffen das. Wann hast du eigentlich das letzte Mal gelogen? Boah, tatsächlich heute. Ist das gelogen? Aber ich würd's schon ein bisschen seriös machen, weil ich mein, die Themen bei Brody sind ja schon wichtig. Wird's schon ernst machen. Ey, Leon. Entschuldigung, wer räumt das jetzt hier auf? Dann nicht. Ja, seriöser Content halt. Wer bezahlt eigentlich? Bro, wer bezahlt? Also, ich würd's nicht unbedingt sagen, dass du mit einem Mann bezahlen musst. Streit, los, streite dich. Streit, streit. Cringe, wenn du keine Skyliner hast. Ach so, sag denen auf jeden Fall, dass wir jetzt auf YouTube und TikTok sind und dass Montag immer eine neue Folge kommt. Und die sollen auf jeden Fall abonnieren, ist ja geil. Das macht eigentlich die Glocke. Das weiß keiner. Alles klar. Läuft. Bye. 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 Bye.